Hallo und herzlich willkommen hier beim Multiplayer Kurt Arms zusammen mit mir natürlich schon wo ich bin eigentlich der Gastgeber aber ja der Kuh-Komentator wie hat man behauptet genau das ist denn bald nicht sein soll aber heute mal nicht nö deswegen seid ihr mal in der Sicht von Hannes mal wieder wir können auch gerne mal machen als Dr. Diemal aufnimmt das müsst ihr allerdings dann aber bitte mal in die Dings schreiben in die Kommiss in die Kommissung und von ja so schwer ich bin kommen Hans BD ja und ich bin scheiße ja genau so voll einstimmungen mit dem Tod aber auch richtig aber du da jetzt nicht nur ein Vorstein brenn- und sterben mit mann vorliegen wird wie soll er das sind die Krise macht was zu den zweiten Teil aufnimmst aber heute nicht nur so was sie um auf der BIP nun hast du schon das nennt sich die Motoren aber das hast du ja schon dreht nicht die Wand ein jemand kann ich dafür dass du so Helm bescheiden sind die Dachschräger mehr und es wird die Dachschräger Scheiße ich dachte ich kann dein Narbarm ausweichen bis du keine mehr hast Schärger hat nochmal falsch gedacht Flammenwerfer hier ist alles mit einem Flammenwerfer du ziehst du gar nicht stimmt nicht nein ich bin rundherum falsch was für ne Streis alter jetzt hörte dieses Fick-me-Fuck-Ding da oben oder ich spawne da oben aber so will ich das sehen was das zu der Rücksicht wird ja genau das was meint ich nun komm noch Junge was man nicht wo du bist aber komm noch mann mit Muni ja ich kann unendlich nachvollziehen ah hier ist auch da bin ich zu leicht bin ich damit umgegangen ja eindeutig Stürmer du 0 0 erklärung du musst es ein Seelen er sei auch die Eintracht und zumal das war zählt hat er auch von Schultz-Altern ne ich habe extra gewartet an welchen Hände gegeben 2 was mir erwischt müssen wir weil es will wie geflammt seitens noch zwei und dabei ist gut Toro bis übernimmst du die zweiten Teil der Rassur ja und ich will so und was willst du denn Prozent das du tot bist Nennen nennen das was ihr werfen zu haben das sein was es wird durch es ist denn die Flammen gelogen es hat nun können der und weiter ich sprengen ein mann ja noch zehn und wird nur nicht beholen oder wo 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 und jetzt geht es los alle Lager alle Lager ich werde ja er wird es mal mehr in der Welt in der Welt das war geil war es vor allem aber der Bärdor und solle hat genau in die Zukunft WC 11 da war das Lerbe erreicht Nürnberg du siehst es nicht einmal haben wir sind trotzdem schlechter okay er wird oben kurz die Räume der Liedauer von Dr. Liedi sich Prozent ja bis gleich so willkommen zurück dies war jeder jetzt die Ansicht von Dr. die ich muss nur kurzen Neustadt wird einstellen ja ich bin doch die Welt ja er musste auch von Starr aber gut ich muss mich trotzdem ist gut stark abwürdig 3 zwei Euro lassen der Schmerz steiglich auf das Leben alle Minuten die Misshoff 3 Prozent was ist denn da und das Wunder gar kein Fallschirm kriegt das schon krasse und er nähe wie kommst du da drauf ich will nicht wenn ich bin ich bin nur untergegabten war unsichtbar und dann bin ich ja auch rechtlich getotet weil du auch untergegabt ist weil die Eichhörigkeit betrunken wenn er dies Mittel mehr ein Raum müssen 4 das war wir können wissen wo du bist das war du bist da reiter oder nun jetzt jetzt in der Luft so habe ich gern wenn der Brot so dass er auch schon auf dem Weg mann ich stehe abrufen mehr Nel Granate geworfen und dann hat die den Steckern entgegen da gibt es hier null wild alter wie das lebt alter wie so lebt es denn ich fliege hier wie auf dem Mond alter jetzt hast du mich abgelehnt ja trotzdem bin ich gerade wie auf den Mond geflogen alter das ist aber komisch warte mal kurz warte ok das leckt wirklich ein bisschen muss ich sagen äh ja wird es wechseln was will ich wechseln na das ich wieder aufnehme gut dann schnell warte Prozent so es kam so jetzt wird er wieder meine Ansicht das ist doch für die zu sehr leckt und ich und seine Flinte gelaufen natürlich müssen scheiße scheiße naja er wird sie in der ich habe mir ein paar zu wissen ja angeguckt er hat die Füße er hat so göttlich dass ich ihn nicht angucken dann drüben 0 die ersten runtergefallen wo man halt ich leckte aber bei mir kommt er zu in seinem Mann ich glaube der Wisch ja wohl Prozent wie so leckten das bei dir von beiden die Zeit macht nicht aber vor wurde aufgenommen hast du das was sind was sind ja ist nicht ja Scheiße ich will genauer gesprünglich wurde ich eigentlich die ganze die Angriffe weil ich will weil die wusste was mit dem los war jetzt leckte jetzt leckte das Krasse Komma runter und schlicht denn zwar so wenn ich gern genau gerade zu also ein bisschen in den anderen dann noch nicht zu töten und dann schießt sich der schießt ihr an die vorbei nun zeigst mir das mal Durkonten nur ihr fällt mir gar nicht was du machst Alter zufällig in die war stimmt die ist so einfach zu kalt muss auch mal sein Mann du hast ja vorstelle Marder ist ja vorstelle da hesslich wird sie ist nicht genug bleibt wieder das ist lustig Alter du Bugs bei mir war grad voll den dicken Handy gegeben na ja doch meins 9 Leute irgendwie bist du jetzt gestorben ohne Grundzeichen hatte ganz gemacht nur ohne Grund du bist nur wo man links über rechts und nehmen da ohne Grund Alter ohne Grund Na komm noch mit kleiner Dingswunder ja und dann müssen wir feiern und dann machen wir feiern dann haben wir auch fünf Parts aufgenommen oder 6 sogar will sie jetzt nicht Mann so ähm Basis Typ 2 und los WLAN an aus aus an noch's an WLAN an aus aus an so WLAN kann man jetzt lauern Themen brauchen wir ja wir brauchen Themen schreibt Themen in die Kommis oh erinnerst du dich an diese Map mit Pistol Fail nö erinnerst du dich nicht ach so ja wurde uns die Pistolenmonie alle gegangen zum zweiten Mal da und da war er tot und na wo bist du denn die Gitter nerven übel du hast grad noch eingesammelt gehabt na klar denkst du denn mal nur sie hier nur sie da hinten wisst ihr eine kleine grö Grrr scheiß scheiße die kreiser hat sich selber ausgeschalten ja schon vor mir rum in your face in your face hier weiter wir haben getroffen leidster 8 nein es ist auch ein Jahr bei einem Städter da richtig die Grenzen der Sauer nur eine Minute ich fand es nicht nur ein Teilchen gesehen da ist er bei einem nicht unsichtbar und zwar hatte ich wieder geheilt der Kunde um was ich selber erklärt ja meine und von die Konjunktur das war ich das Wort haben was ja das was mit dir Scheiße und ja und wir haben 20 Sekunden Scheiße Nein wo er denn hat mich selber gekillt WTF wenigstens habe ich einen naja gut das war es natürlich immer wieder mit diesem Part ich hätte wieder mal immer wieder viel ich fand es einfach nicht Jörg schon das nächste Mal wieder ein schreibt bitte die Kommentare in das Video und Themen und bitte den Wertung nicht vergessen und Jo denn Schlusswort Dr. Lee Schilder noch oder einen noch angenehmen Tag man auch immer ihr das Video guckt gerade zu welcher Zeit an welchem Tag an welchem Ort das ist einfach gut gehen Machts gut Leute Ciao